Wenn ich den hier nicht freischalten kann, dann muss ich eben irgendwas anderes machen. Was mache ich denn jetzt mal? Ich habe auch keine Aufträge, bei dem Waffenladen zum Beispiel. Gehen Sie in der Briefing-Position, dann muss ich uns erhalten. Okay. Ist hier auch keine. Na gut, hier ist eigentlich gar nichts freigeschaltet. Oh. Woah, woah, woah. Oh. Was da? Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis später. Bis später. Bis später. Gut, der Kamerad ist immerhin jetzt bereit zur Rettung. Und ich hab irgendjemand anderen gefunden. Irgendeinen Josep. Kennst du den zufällig? Du hast doch was vor. Brauchst du Hilfe bei dem, was du planst? Kein Problem. Mach's gut. Mach's gut. Okay. So, dann kann ich ja doch endlich weiter. Also richtig wieder. Es dämmert. Da hinten ist ein Waffenladen. Das bringt nix. So, also. Hier ist noch ganz, ganz viel... Naja, nicht freigeschaltet. Probier für's nochmal. Da bin ich jetzt zwar zu früh lang gegangen, aber... Da komm ich auch noch im Auto durch. Kein Ding. Pass mal auf. Siehst du, sag ich doch. So, und hier haben wir nämlich noch einen... Unterstumpf... Ne, nicht Unterstumpf. Das ist mein... Ach, krass. Das ist mein... Boah, kommt der mit zwei Autos, ey. Das ist ein größerer Stützpunkt. Oh, na. Ah, da. Okay. Wieder ausgespäht. Okay, ja, super. Dann haben wir das und dann, ja, da gibt es noch einen Unterschlupf. Nehmen wir den hier, der ist doch schön. Richtig. Natürlich nicht. Reicht das? Das kann ich jetzt, jetzt ist es nicht ganz so schnell. Das kann ich jetzt nicht ganz so schnell. Das kann ich jetzt nicht so schnell. Äh, so, aber, ähm, hier soll doch auch der Unterschub sein, oder? Oh, toll. Da oben irgendwo, ja? Wie komm ich denn da hoch? Äh, ne? Also der Unterschlupf ist anscheinend sehr gut. Na, du mach schon, was? Was kommst du denn jetzt nicht hier hoch? Ah, nee, warum nicht? Wie komm ich denn da hin? Ich seh im Augenblick keinen Weg. Da oben, ja. Doch, da vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Oh, diese Raucher. Schadet der Gesundheit. Ich sag's immer wieder. Hallo, gibt's hier was Neues? Entschuldigung. So, wieder ein bisschen Bubu. Ich finde das ja nett, dass die Unterschlupfe ausgeschildert sind. Das nimmt denen zwar so ein bisschen so die geheime, ähm, Örtlichkeit, aber... So, aber hier war ja noch einer in der Nähe. Direkt auf der anderen Seite, Glückwunsch. Aber da komm ich vielleicht mit dem, mit dem Mainbike hier, vielleicht, ganz gut hin. Nein, da geht's nämlich, wahrscheinlich, sehr steil an Platz. Oh, lelelelelelelelele. Ich fahr mir hier wieder eins. Oh Gott, das ist ja in den Baracken statt. 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 Okay, ich wollte aber eigentlich zu dem. Das ist ja in den Baracken statt. Das ist ja in den Baracken statt. Da bin ich richtig okay. Das ist ja in den Baracken statt. Das ist ja in den Baracken statt. Das ist ja in den Baracken statt. Nun bin ich hier. Hier gibt es aber kein Auto. In dieser Position wäre es wahrscheinlich auch sehr unglücklich, wenn ich dann hier lang fahren würde. Das würde nicht gut gehen. So, gucken wir mal. Da hinten ist noch einer, genau gegenüber. Dann gibt es noch zwei Missionen und noch ein Unterschlupf. Ja, so war ich fast exakt genau gegenüber. Ich werde trotzdem nicht das Boot nehmen. Dann gibt es auch hier noch. Dann gibt es noch Diamanten. Oder? Oder? Da ist das Haus. Hier ist der Weg. Da ist einer! So, ich finde das doof, alle Unterschlüpfe sehen gleich aus. So, 2 Uhr, ja, 2 Uhr ist eine gute Zeit. Um was zu tun? Natürlich um Stellungen auszuspionieren. Und dafür muss ich wieder hier dann. Glaub ich doch, oder? Jep. Äh, geht's da jetzt schon mit der Baracken-Stiftungss, oder was ist das? Ja. Die können jetzt sicher wieder vermehrt haben. Zumindest da hinten läuft einer. Ja. 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 Wo denn? Ich dachte jetzt wäre hier drüben auch noch einer, aber... von so weit weg und ich nicht. Ja. 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 Es gibt einen Schuss, Bruder. Ich komme ruhig her. Oh, die haben hier geangelt. Also der nicht. Oh toll, meine Wugel ist gewesen. Nice. Naja, die sieht auch nicht viel besser aus irgendwie. Möchte ich jetzt mal so spontan festhalten. So, gibt es hier noch irgendwas? Außer was zu saufen. Ein Auto wäre nicht schlecht. Das ist auch nicht verkehrt. Hat die hier nicht irgendwo ein Auto stehen, sag mal? Echt? Bin ich hier mit da gewesen? Hallo. So, kurz gucken. Also, ich müsste... Da lang. Das ist jetzt hier auf die Straße. Der fährt sich so komisch... Ah, okay. Alles klar. Ich war mir nicht sicher, aber der ist gerade ein bisschen seltsam gefahren. Deswegen natürlich... Okay. Hier sieht man sie leider nicht auch. Oh. Okay. Das war schlecht. Ich wusste nicht, dass ich hier direkt rauskomme. Ich bin jetzt hier... Was ist das? Von wo? Oh. Dreck sein. Menno. Okay, ich muss garantiert wieder aufs Dach. Ich muss den hier echt mal wieder aufs Dach stellen. Ja, leise. Aber hier so geht das nicht. Jetzt heuer die Schnauze voll. Das kommt her. So, das ist aber kein Umstützpunkt hier. Wie komm ich da hoch? Die habe ich jetzt schon probiert. Hier bin ich nicht. Was? Was war das denn? Ich verstehe es nicht. Wie komm ich jetzt da rauf? Da ist übrigens ein Loch. Aber das hilft mir jetzt auch nicht viel. Den Stuhl kann ich auch nicht nehmen. Hallo? Vielleicht so? Ah. Na ja. Dreck hier. Also wie... Das ist bis jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Ja komm. Ja komm. Tut er da. Okay. Also ich muss... ... 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 Ich hab gar keine Lust. Hä? Ah. Frage ist nur... Wie komm ich hier jetzt wieder hin? Zurück. Hallo? Oh ja, das motiviert. Das war doch mal ein Sprung. Brr. Okay. Äh. Das ist ein weiterer Schritt. Also ob das einer ist, weiß ich nicht, aber... Den nehmen wir uns auch nochmal. Kannst du was sehen? Nichts. Und? Mann, ist das heiß. Das war jetzt gar nicht so schlimm, ich dachte. Oh, neblich, 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 neblich. Äh. Ah. Okay, da habe ich ja noch ein bisschen was zu tun. Okay.